Beatrice Egli, mit diesem gigantischen Beinschlitz sorgt sie für heiße Aussichten. Die SDS-Jurorin Beatrice Egli bringt uns den Sommer zurück. Bei Instagram sorgt sie schöne Schlagersängerin im luftigen Sommerlook für pure Begeisterung. Vor allem ihr gewagter XXL-Beinschlitz lässt die Feenherzen höher schlagen. Für Beatrice Egli könnte es derzeit kaum besser laufen. Als Jurorin in der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar flimmert sie aktuell wöchentlich über die TV-Bildschirme. Und auch ihr neues Album erobert derzeit die Spitze der deutschen Charts. Bei Instagram rührt die Schlagersängerin mit einem heißen Strandfoto noch einmal kräftig die Werbetrommel ihre brandneue Scheibe alles in Balance, laut live. Beatrice Egli besticht mit Mega-Beinschlitz im luftigen Strandkleid Die Fotoaufnahme, die Beatrice Egli am Sonntag, 13.10, mit ihren Fans teilt, zeigt die 36-Jährige in einem äußerst luftigen Sommerkleid, welches sich perfekt in die traumhafte Strandkulisse einfügt. Das pinkrote bodenlange Kleid, das in Bartdick-Optik daherkommt, besticht dabei durch einen gigantischen Beinschlitz, der Beatrice bis zur Hüfte reicht, wodurch sie fast zu viel zeigt. Freude strahlend, den Blick in die Ferne gerichtet, spaziert die Schweizer Schlagerblondine barfuß den Strandweg entlang, während im oberen Bereich des Kleides ihr gestreifter Bikini hervorblitzt. Was für ein heißer Look, finden die Fans, die sich gar nicht satt sehen können an den atemberaubenden Aussichten, die ihnen Beatrice Egli in ihrem luftigen Sommerdress gewährt. In der Kommentarspalte überschütten sie ihr Idol mit Herz- und Feuer-Emojis sowie etlichen Komplimenten. Girl, du siehst hammer aus. Wow Beatrice wie schön. Einfach traumhaft schön. Wow tolles Bild. Mein Herz brennt wenn ich sehe. Ein schönes Bild von dir, du siehst wunderschön aus.